So, Maxi, dann mal Butter bei die Fische. Heimtrikot oder Auswärtstrikot? Heimtrikot. Hattrick oder Derbysieg? Derbysieg. TSV Havelse oder SV Werder Bremen? Ah, SV Werder Bremen. Autogramm oder Selfie? Selfie. Twitter oder Facebook? Ich habe kein Twitter. Facebook auch nur privat, also Facebook. Kraftraum oder Lauftraining? Kraftraum. Offensives Mittelfeld oder defensives Mittelfeld? Beides. Eher offensiv. 5 zu 4 oder 1 zu 0? Beides Sieg. Dann 5 zu 4. USA oder China? Reisen oder Spielen? Reisen. Dann USA. Haargel oder Haarspray? Keins von beiden. Lange oder kurze Haare? Kurze Haare. Bratwurst oder Fischbrötchen? Fischbrötchen. Serien oder Filme? Boah, schwierig. Filme. Homeland oder Game of Thrones? Homeland. Game of Thrones ist gar nichts für mich. Internat oder eigene Wohnung? Ehe eigene Wohnung. Internat ist man zu viel unter Beobachtung. WG oder alleine wohnen? Alleine. Johannes oder Maximilian? Johannes. Selber kochen oder Bringdienst? Selber kochen. Drei Sterne Menü oder Dosen Ravioli? Drei Sterne Menü. U23 Kapitän oder Eingewechselt bei den Profis? Schwierig, beides. Ja, dann Profis Eingewechselt. Playstation oder Xbox? PlayStation. FIFA oder PES? FIFA. Call of Duty oder Battlefield? Keins von beiden. Robin Schulz oder The Weekend? The Weekend. Helene Fischer oder Andreas Gabayer? Boah, keins von beiden. Helene Fischer oder Andreas Gabayer? Keins von beiden. Geht beides gar nicht. Werder TV oder Sportschau? Werder TV. Zimmerduell oder Butter bei die Fische? Beides gut, aber an eurer Stelle würde ich Butter bei die Fische nehmen.